So, ähm, jetzt sind meine Gegner. Ähm, ja. Ich muss da in das Spielfeld reinklicken, in das Fenster. So, jetzt kann ich mich wieder bewegen und jetzt rein in den Gegner. So, hast... Ob es nicht, wie gerade eben nur noch, dass du schießen kannst jetzt so? Oh, komm, komm! Ach, das stimmt, du machst auch noch fliegen und spinnen noch. Aber das ist auch schon fast gut. Hälfte schon abgezogen. Ja, weil so ein großer Gegner bist. Die Steine macht ja doppelt zu viel oder dreifach zu viel. Oh, dopp, 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 ja. Nur noch überleben. Rest und Tears up. Okay. Weiter geht's. Zu Cave 2. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Komm. Verschwinde. Ich mag euch nicht. Verschwinde. So, Bumpen ist immer ganz gut. Ach, das ist jetzt im Herz, Alter. Oh, ne. Mach dich schnell fertig. Ich auch. Dann auf euch mal zwei Herze. Hey, bin's mir nix gutes. Komm, ich steck mal weg. Ja, ich prässe mit dem Nickel. Das ist auch ganz gut. Ähm, na. Oh, ne. Oh, ne. Ah ja. Oh, ne. Oh, ne. Oh. Oh, ne. okay ich sag mich mal zunächst mehr nicht mit dem shop das sind tasche hier ist das zu nutzen wirkung kann man weiter hoffentlich finde ich doch schlüssel tuff 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 aufpassen dass mich nicht erst treffen der raum ist einfach füllen, mein Laser. 15. 1. 1. 2. 2. 2. 1. 1. 2. Ach so, Schlüssel. Noch ein Schlüssel. Kann ich an diesen Itemraum gucken, da. Mal gucken, was für mich bringt hoffentlich was Besseres als der, äh, ja. Mal gucken. Döp, 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 döp. Boom. Da, was macht das denn? Oh, München. Jetzt wirst du detoniert. Ist das ein gutes Item oder ein schlechtes Item? Oh, ich hab sogar noch Bomben dazu gekriegt. Auch nicht schlecht. Hallo, explodierst du mal? Oh, Fernzünder. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, einen Fernzünder zu haben. Kann man ja auch ein bisschen Bomben am Endspielen. 心-Gro, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Schlecht wäre ich nicht Bombs Aki oder so. Pferdefest. Feuersingst euch fest. Ich komme nicht ran. Ja, springt mir gleich ins Gesicht, ey. Ja. Das ist lastig. Oh mein Gott, fett mal anzumachen. So schnell bin ich doch nicht. Das ist so eine Verteidigungsfliege, äh, Fliege. Auch nicht schlecht. Hat der alte Norm eigentlich ein Herz noch gehabt für mich? Keine Ahnung. Töp, 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 töp. Töp, 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 töp. Oh, ein Schlüssel. Jetzt war noch der letzte Raum, um es abzumachen. Nein. Gucken wir mal ganz kurz an den alten Raum. und dann geht es zum ergegner ich hoffe dass es jetzt war nein er hat gar nichts mehr nicht schlecht nur ein bisschen doof jetzt zwei herzen weiß bloß nicht was mir jetzt kommt hoffentlich kein schaps oder irgend so was in der der richtung er wäre auch sofort vorliegen jetzt lieber ja komm ich mag dich nicht ich weiß und lange so zu bleibst es ist alles in Ordnung verhälfte dort dort sei laufe war der Gegnersprung hat zu machen, Fliegensporn-Tapsel, alles machen. Habe ich kein Problem damit. Nur dieser Takt mag ich überhaupt nicht. Ja, besiegt. Rotten Reef, rest of, ja. Gut, weiter geht's. The Deep, The Death, äh, Depth 1. Hm? Habe ich ihn wieder aus dem Spielfeld? Oh, mein anderes Video-Sporn hat sich gemeldet. Deswegen leckt das jetzt ein bisschen. Ja. Ich weiß, dass das ein bisschen gemeint ist. Ja, ich verfolge euch. Oh, stirb. Stirb doch mal. Ja, ein Herz ist immer ganz gut. Opferungsraum? Nee. Oh nein. Ihr explodiert ja, ne? Bäh, ja, komm, komm, komm. Ja. Ach, geh mal kaputt, dir. Ja, das ist doch ganz nett. Komm, 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 komm. Ja, ist doch gut. Ja, ihr macht's, ihr könnt ihr stirbt. Ja, ich hab's auch ganz gut. Ja. 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 Schlüssel ist auch ganz gut. Das ist nix. Nix hier. Oh man, komm, ich brauch Herze. Ich brauch Herze. Ach komm. Ja, auf wenigstens ein halbes Herze, ich brauch ein ganzes Herze. Oh, Larry Jr. Das ist auch ganz schnell fertig. Ich muss noch mal sprechen. Hier kamen Raum. Oh, als Spielautomat. Oh komm. oh nein blut ekel wenn ich in die blutspur reingehe verliere ich leben ich habe es jetzt geht um ging ja schnell rufus roi mädchen spiel spielern ja so was gut hat man hier es darf die beste stelle ist bei die er nur um die mauer umgehen nein hier ist nichts das auch nichts weiß ich da ist noch zwei noch einer vorne kisten da ist nix 4 4 wenn er darf ja nicht einlaufen hier ist nix das auch nix weiter geht's scheiße ich mach die viecher nicht ach ich komme immer aus dem wenn ihr aus heißt es aus dem spielfett raus wenn ich unten den touchpad für die maus da drücke na gut man sieht höre ich jetzt mal auf naja man sieht sie sich gleich weiter oder so